Ihr habt richtig gelesen, es geht wieder Hallo ihr Lieben, ich spiele tatsächlich wieder den Onkel Fester von der Adams Family in dem Musical The Adams Family Diesmal für die Komödie Dresden In Dresden, im, oder genau gesagt im Schloss, im Schloss und vor dem Schloss Übigau Und da freue ich mich schon tierisch drauf, denn das Schloss sieht unglaublich geil aus Es wird eine traumhafte Kulisse sein Und davor und auch ein bisschen da drin, also so aus den Fenstern heraus und so Spielen wir dann die Adams Family das Musical Und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich von euch kommen und zuschauen Und nach der Aufführung dann zu mir kommen Und was heißt das wieder? Na, ihr ahnt es wahrscheinlich, die Haare gehen wieder ab Jetzt werde ich sie mir extra noch für den Doktester Dreh vorher ein bisschen wachsen lassen Und dann kommen sie ab September ab Ach ja, habe ich noch gar nicht erwähnt Wir spielen das Musical im September Und zwar vom 1. September bis 17. September 2023 Auf Instagram halte ich euch natürlich in den Storys auch wieder täglich auf dem Laufenden Und solltet ihr jetzt sagen, na Adams Family, damit kenne ich mich doch eh nicht aus Und so, gar kein Problem Klickt auf dieses Video hier Da erkläre ich alles, wirklich über jeden Charakter, über jede Hintergrundgeschichte Klickt einfach drauf, guckt das Zeug an Und dann seid ihr bestens vorbereitet und könnt zur Musical kommen Und wir sehen uns dann Bis dann Bis dann